Hallo und herzlich willkommen. Heute soll es noch mal ein Blender Tutorial geben. Ihr habt mich gebeten, ich soll doch mal was über Cell Fracture machen. Da habe ich mir gedacht, machen wir mal ein Tutorial, indem wir Sachen zerstören. Starte Blender. Hier habe ich wieder meinen Würfel, den lösche ich mit Taste X und an der Stelle werde ich jetzt erst mal eine Plane erzeugen. Ich mache das mit Shift A, gehe auf Mesh, gehe auf Plane. Diese Plane ist relativ klein und deswegen drücke ich Taste S zum Skalieren. Und da können wir jetzt was draufstellen. Zum Beispiel einen Text. Wenn ich jetzt hier oben auf Add gehe, dann ist das gleiche, als würde ich Shift A drücken. Dann haben wir hier unseren Text, den wähle ich aus und jetzt ist hier in dieser Ebene, die zweidimensional ist, auch noch ein zweidimensionaler Text entstanden. Wenn wir mal hier so von der Seite gucken würden, da ist nichts zu erkennen, denn wir haben keine Ausdehnung. Jetzt werde ich diesen Text erst mal drehen mit R, X, um die X-Achse, hier wird sie eingeblendet, und zwar um 90 Grad, also 9 und 0. Jetzt steht mein Text hier wirklich auf dieser Ebene. Der Text ist allerdings immer noch zweidimensional und deswegen werden wir den mal extruieren. Das heißt, wir werden ihn auseinanderziehen. Dazu gehe ich hier auf dieses A, das sind die Texteigenschaften. Ich klappe das mal hier alles zusammen und gehe auf die Geometrie. Und da haben wir Extrude und das ziehe ich mal so auf 10 cm. Gut, und jetzt haben wir unseren dreidimensionalen Text. Den könnte ich editieren, indem ich die Tabulator-Taste drücke. Löschen wir das mal mit der Backspace-Taste und dann schreiben wir mal Hallo hin. Und wieder die Tabulator-Taste. In diesem Zustand können wir den Text noch editieren, aber ich möchte ihn konvertieren und zwar in ein Mesh. Ich stelle mir vor, der ist aus Stein und zerbröckelt langsam. Jetzt wandle ich den erst mal um. Rechte Maustaste, Convert to Mesh. Und hier vorne sehen wir den Schwerpunkt. Den setzen wir auch noch mal in die Mitte des Textes. Dazu gehe ich auf Objekt, Set Origin und Origin to Geometry. Jetzt können wir das noch ein bisschen rüberschieben mit GX. Ich kann mir hier oben eigentlich auch noch mal ein Fenster aufziehen. Drücke hier die Null und dann sehe ich die Kameraperspektive. Dann gucken wir uns das mal hier unten an. Wo ist die Kamera? Da hinten ist sie. Und mit G und Y kann ich jetzt hier auf dieser Achse heranfahren. Vielleicht fahren wir mit der Kamera noch mal ein bisschen weiter nach oben mit G und Z. Was hat das jetzt gebracht? Noch ein bisschen zu weit. G und Z wieder ein Stückchen zurück. Könnt ihr die Kamera vielleicht noch etwas drehen und vielleicht noch mal ein bisschen höher. So, wenn wir von oben gucken mit der 7, dann können wir die Kamera vielleicht auch noch mal ein bisschen zur Seite drehen. Dann haben wir mehr Perspektive. Und mit GX fahre ich hier noch mal rüber. Das hier oben mache ich wieder zu. Das ist jetzt hier meine Szene. Jetzt gucke ich mal hier unter Objekt und dann habe ich die Quick-Effects und da habe ich den Effekt Cell Fraction. Den werdet ihr wahrscheinlich nicht haben. Hier drunter ist auch so ein Strich, denn das ist ein Add-on. Das müssen wir erst mal aktivieren. Das machen wir, indem wir auf Edit gehen, dann auf die Preferences und hier gebe ich mal Cell ein. Reicht schon. Hier müsst ihr einen Haken reinsetzen und dann habt ihr auch diese Cell Fracture Funktion. aktiviert. Schließen. Ich wähle wieder den Text aus, schaue ihn mir noch mal an und stelle fest, hier sind ja doch irgendwie noch ziemlich große Brocken, wenn ich das unterteilen möchte. Und jetzt werde ich mir vorher noch mal so ein Pencil nehmen und ziehe hier so ein paar Linien. Allerdings auf die Oberfläche, nicht in dem 3D-Bereich. Hinter dem Pinsel oben auf Surface gehen, also die Oberfläche und dann malen wir hier mal ein bisschen drin rum. Gehe wieder auf mein Selektionswerkzeug und jetzt gehe ich auf Objekt, Quick Effects, Cell Fracture und hier könnte ich ihn in verschiedene Partikel unterteilen. Das macht er dann automatisch. Könnt ihr hier die Vertices benutzen, also die einzelnen Punkte. Es ist zum Beispiel interessant, wenn man aus einem großen Würfel mehrere kleine machen möchte. Ich nehme aber die Unterteilung von meinem Pinsel. Und da ich jetzt hier lauter einzelne Mesh-Objekte bekomme, gebe ich dem Ganzen hier noch einen Namen, eine Szene, schreibe da Teilchen hin. Und OK. Jetzt berechnet er das und fertig ist er mit der ganzen Unterteilung. Wir sehen hier oben die Teilchen. Das kann ich auch wieder zuklippen. Und hier unten ist unser Text. Das sieht jetzt alles ein bisschen eigenartig aus, weil das überlagert wird. Deswegen lösche ich diesen Text einfach mit X. Da kann man die einzelnen Schnitte sehen. Hier bin ich vorhin so wild rüber gegangen. Die Pencil-Einstellungen, die brauchen wir nicht mehr. Das kann ich hier oben löschen beziehungsweise unsichtbar machen. Und auch jetzt hätte ich noch die Möglichkeit, zum Beispiel bei diesem A noch ein paar Striche reinzubringen. Ich selektiere dieses große Stück hier. So groß ist es gar nicht. Das dahinter ist noch viel größer. Wenn wir das auch noch mitselektieren. Gehe wieder auf Objekt. Wieder auf Quick Effects. Und wieder auf Cell Fracture. Und da steht schon mein Pinsel. Ok. Jetzt berechnet er diesen Bereich nochmal neu. Jetzt habe ich hier lauter kleine Bruchstücke. Deaktivieren wir wieder unsere blauen Striche. Löschen wir diese Ebene. Weg sind sie. Jetzt selektiere ich all diese Teilchen mit der rechten Maustaste. Select Objects. Jetzt habe ich wirklich hier alles selektiert. Außer meine Kamera, meine Lampe und diese Fläche. Jetzt nehme ich mal hier oben so ein Stückchen. Und gebe denen besondere physikalische Eigenschaften. Mache ich hiermit. Physics Properties. Sieht so aus wie eine Sonne und ein Planet, der drum herum kreist. Und mache daraus ein Rigid Body. Ich drücke auf Play und das Ding fällt einfach runter. Es fällt sogar durch diese Plane durch. Das heißt, diese Plane muss auch noch ein Rigid Body werden. Auch mit physikalischen Eigenschaften. Dann sehen wir unten auch die Masse von 1 Kilogramm. Allerdings darf die nicht vom Typ Aktiv sein. Sonst würde die auch nach unten fallen. So. Wäre nicht so toll. Die muss vom Typ Passiv sein. Jetzt fällt der einfach darauf. Das heißt, dieses Teilchen hat jetzt eine Masse von 1 Kilogramm. Und wenn wir hier mal drauf schauen. Surface. Response. Da haben wir Friction. Das ist unsere Reibung. Die können wir ein bisschen höher ziehen. Sagen wir mal auf 70%. Jetzt selektiere ich nochmal alle anderen Teilchen. Select Objects. Und dann seht ihr, der hier hat eine andere Farbe als die anderen. Und diese physikalischen Eigenschaften möchte ich auf die anderen kopieren. Ich gehe auf Object. Auf Rigid Body. Und dann haben wir die Position Copy from Active. Das heißt, alle anderen Teilchen sollen die physikalischen Eigenschaften dieser Ecke bekommen. So, das ist jetzt geschehen. Ich klicke mal hier drauf. Es ist ein aktives physikalisches Teilchen. Komischerweise hat dieses Teilchen genauso eine große Masse von einem Kilogramm wie dieses Teilchen. Passt also was nicht. Wir selektieren wieder alle Teilchen. Gehen auf Objekt. Und lassen die Gewichtung, also die Gewichte, beziehungsweise die Masse wieder neu berechnen. Rigid Body. Calculate. Masse. Und jetzt können wir uns hier irgendwas aussuchen. Materialien. Ich nehme mal den Brick. Mal schauen, ob er es gemacht hat. Ja, der hier wiegt jetzt plötzlich 2 Kilo. Der hier ganze 8. Gucken wir mal hier so einen kleinen. Der hat ein paar Gramm. Das passt schon mal. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Das Ganze zerbröselt. So, ich habe ja mal gesagt, ohne Ton ist das Ganze nichts. Deswegen machen wir hier noch eine zweite Spur. Und hier unten machen wir einen Videosequenzer raus. Ich hatte doch hier irgendwo einen Crash. Das ziehe ich jetzt hier rein. Play. Da hört ihr mal, was so Sound aus eurem Video macht. Das ist schon was ganz anderes, als wenn das so stumm da vor sich hin bröselt. Jetzt müsstet ihr das Ganze noch mit Material versehen. Vielleicht eine Textur drüber legen. Könnte jetzt so eine Steintextur sein oder sowas. Und das Ganze dann auch noch rendern. Und dann habt ihr euren ersten Clip fertig. Eure erste Animation. So, das möchte ich mir jetzt allerdings sparen. Ich möchte euch stattdessen noch einen anderen Quick Effekt zeigen, auf den ich auch öfters mal darauf angesprochen wurde. Hier eine Explosion. Dazu gehen wir nochmal auf File. Auf New. Starten ein neues Projekt. Speichern brauche ich nicht. Hier haben wir unseren Würfel. Den werde ich diesmal nicht löschen, sondern den lassen wir explodieren. Hier unten haben wir unsere Timeline. Hier müssen wir noch die Videospur hinzufügen, wenn wir denn gleich Ton einfügen. Ich gehe wieder auf Object. Auf Quick Effects. Und hier sehen wir schon Explode. Standardmäßig drin. Kein Add-on. Ich habe drauf geklickt und jetzt bekomme ich hier unten so ein Menü. Da kann ich so einige Grundeinstellungen machen. Wenn ich hier nebenklicke, verschwindet das und es wird etwas komplizierter, diese Einstellung wieder zu verändern. Ich lasse es jetzt einfach mal beim Start Frame bei Bild 1 starten. Heißt, ich drücke jetzt einfach Play. Und das ist ziemlich unspektakulär. Zwei Schachtelhälften fallen da einfach runter. Dass die beiden Hälften nach unten fallen, liegt einfach an der Schwerkraft. Das sind die physikalischen Einstellungen. Die könnten wir natürlich auch noch ändern. Aber zwei Schachtelhälften. Voll langweilig. Ich lösche jetzt erstmal diesen Würfel mit Delete und erstelle mir einen neuen mit Add, Mesh und Cube. Und da sehen wir die Würfeleinstellung standardmäßig auf zwei Meter. Die Größeneinheiten sind für die Physik auch wichtig. Je größer, je schwerer. Und wenn ich mir den Edit Modus anschaue, dann haben wir hier unsere einzelnen Punkte. Gerade mal acht Stück, acht Ecken. Das ist keine große Auflösung. Das werde ich jetzt ändern mit der rechten Maustaste. Subdivide, also Unterteilungen. Number of Cuts. Anzahl der Schnitte setze ich jetzt auf 10. Und Tabulator-Taste. Jetzt habe ich hier schon eine wesentlich feinere Unterteilung. Gehen wir jetzt wieder auf Objekt. Gehen wir auf Quick Effects und auf Explode. Und die Number of Pices, die habe ich jetzt hier mal auf 1000. Start Frame setze ich auch mal so auf 50. Das sind bei 25 Bildern pro Sekunde zwei Sekunden Leerlauf. Und End Frame setze ich demnach auf 100. Also da soll die Explosion beendet sein. Und die Geschwindigkeit, die ziehen wir jetzt auch nochmal richtig hoch. So auf 10. Und Play. So, das sah schon anders aus. Wir haben hier diesen roten Balken. Hier haben wir unsere eigentliche Aktion. Und da könnten wir dann gleich nochmal Ton drunter legen. ein neues Fenster. Einen Videosequenzer. Spulen wir das Ganze zurück. Schauen wir uns nochmal die Timeline genauer an. Hier beginnt das ab 50 mit der Explosion. Das heißt, hier könnten wir jetzt unseren Ton reinziehen. Wieder groß machen. Und Play. Wenn man jetzt diese Einstellung noch verändern möchte, dann muss man das über das Partikelsystem machen. Das ist hier. Hier habe ich dann wirklich nochmal die Anzahl der einzelnen Stückchen. Ich kann die Lebenszeit dieser einzelnen Stücke verändern. Und hier haben wir auch die Feldeigenschaften. Da haben wir die Feldgewichtungen. Da steht die Gravity auf 1. Und die setzen wir mal auf 0. Scrollen wir vielleicht mal ein bisschen mehr raus. Spulen zurück. Und nochmal auf. Jetzt fliegen die ja alle ins All. Können wir vielleicht sogar nochmal ein bisschen sichtbarer machen. Ich gehe mal in Shading. Erzeuge ein neues Material. Da will ich gar nicht so etwas kompliziertes haben. Den Block lösche ich mit X. Und ein Emission Material. So etwas, das leuchtet. Shader. Emission. Verbinde das mit dem Material Ausgang. Und das setze ich jetzt nochmal in so einen Orangeton. Gucken wir uns das mal im Rendermodus an. Die Welt ist noch ein bisschen grau. Und die werde ich jetzt noch ein bisschen dunkler machen. Hört sich wild an. Nehmen wir das jetzt hier einfach runter. Und man sieht, dass es hier leuchtet. Die Lampe brauche ich vielleicht gar nicht. Kann ich ausschalten hier oben. Auch wenn, dann wollen wir da nicht mit. Jetzt leuchtet hier dieser Würfel. Ich werde jetzt nochmal ins Rendern gehen. Das haben wir hier. Dann schauen wir mal nach der Framerate. Die steht jetzt auf 24. Da habe ich vorhin von 25 gesprochen. Das ist genau nach zwei Sekunden explodieren lassen. Zurück ins Layout. Viewport. Und dann lassen wir es mal explodieren. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Wenn ja Daumen hoch. Und abonniert doch meinen Kanal. Falls es nicht schon getan wird. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Pie kleinesLorean Nor muut. König bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jun, t quadern. Tschüss. Die